Ein gebrauchter Ford Fiesta ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 20.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2013. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, und noch vieles mehr. Das Fünfgangsschaltgetriebe überträgt eine Leistung von 82 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 5,2 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 10.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.